Beim BVB sind sie alle um Normalität bemüht. Jürgen Klopp will jetzt erstmal nichts mehr hören von seiner Trennung. Für ihn war es das noch lange nicht. Wir haben acht Spiele noch in der Saison und dementsprechend sollten wir jetzt nicht irgendwie, falls das jemand vorhat oder ich kann es nicht einschätzen, mich, mein Trainerteam in irgendeiner Form hochleben zu lernen, das wäre ein Thema vorbei, weil dazu ist keine Zeit. Ich bin nicht auf Abschiedstor. Acht Spiele also noch. Klopp geht demnach hoffnungsvoll von einem Sieg in München im Pokal-Halbfinale aus. In der Liga hat der ehrgeizige Trainer die Europa League nach wie vor im Blick. Schon am Samstag gegen Paderborn will Klopp nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg. Er setzt bei Spielern und Fans auf einen jetzt erst Rechteffekt. Na klar, das ist ja keine Frage. Die Jungs haben reagiert. Heutzutage passiert sowas in den sozialen Netzwerken, da bin ich ja nicht mit drin. Da muss ich also über Dritte dann zugetragen bekommen, aber ich habe das schon alles registriert. Das ist großartig, aber wir haben immer Gründe gefunden, warum man noch mal was ganz Besonderes draus machen könnte und ich habe in meinem Leben viel getan, aber selten Lebenszeit verschenkt. Auch wenn sie in Dortmund schnell zur Tagesordnung übergehen wollen, die Partie gegen Paderborn dürfte eine der emotionalsten Spiele werden, die Klopp als Trainer absolviert hat. Gebrauchgeist Christoph